Moin Moin, willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Sorry, es kann eventuell ein bisschen Nebengeräusche geben, wenn fest ist vor dem Haus. Das tut mir leid. Ich habe jetzt leider hier schon drauf gedrückt, aber hier unten musste man auf dieses riesen Symbol klicken, damit wir endlich den schlechten freigeschalten haben. Boah, ich dachte schon, man bekommt das nicht mehr über. Ja, eben wenn man halb wenig spielt und dann immer wieder etwas anderes spielt, dann kommt man einfach nicht mehr rein manchmal. Ja gut, wir müssen Greater Rifts machen. Ich glaube, es ist schon noch relativ leicht, oder? Ich hoffe, dass ich nicht zu hart eingestellt habe. Aber ja, es ist leicht. Ja, wir haben auch irgendwas Neues bekommen, irgendwas... Was haben wir das letzte Mal bekommen? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt mal kurz nachschauen, aber ich will irgendwie nicht... Was haben wir das letzte Mal bekommen? Wand der Macht. Ich glaube, der Duft der Zeit haben wir bekommen, nein? Und irgendwas noch... Ähm, was könnte es noch sein? Was ist das da? Wand der Macht, könnte das sein? Irgendwas. Aber auf jeden Fall war es richtig gut das letzte Mal, war leider schon ein bisschen länger her, aber... Ich glaube, dass es mir nicht so gut geht, ich hatte immer wieder Schwächeanfälle habe momentan... ...und deshalb nicht so gut let's playen kann gerade, ne? Darum kommen auch häufiger jetzt Livestreams, damit ich einfach nicht alles hochladen muss, noch extra und so weiter. Aber die haben die gleiche Qualität, ist halt meistens nicht Diablo 3, aber... Ja, ich werde sicher auch aufnehmen, ne? Aber mit einem anderen Krack dann wieder. Ja, es macht recht viel Spass, so herumzukloppen, ne? Aber die haben schon recht viele Leben, also die halten diese gelben Blitze recht gut aus. Ja, jetzt muss ich einfach noch ein bisschen durchkämpfen und eventuell sogar noch eine Stufe höher machen. Ja, also ich freue mich einfach riesig auf das High Level. Weil können kann ich es, aber erreichen könnte ich es eventuell nicht so schnell. Eventuell wird sogar die Season zuerst fertig sein, aber... Weil ich muss halt einfach mehr Zeit investieren, also muss ich wahrscheinlich schon Livestreamen. Ich werde sicher mal Livestreamen. Ja, okay, also... Ihr könnt es ja dann immer wieder sehen, gell? Ihr müsst nicht dabei sein im Livestream, aber es wäre wirklich toll, wenn ihr auch dabei sein könntet. Und, ähm, da mache ich das vielleicht schon ab morgen im Livestream. Ihr werdet es ja dann erfahren, ne? Aber auf Twitch natürlich. Nicht hier auf YouTube, weil, ähm... Ja, es ist einfach nicht so gut, dass es auf YouTube ist. Ich habe Probleme auf YouTube. Noch nicht bereit. So, ähm... Da ist er. Da ist auch noch einer. Ja, lol. Der hat eine so coole, ähm... Zweihandwaffe, eine Stangenwaffe. Ach, ich mag die. Ah ja, wir haben ja der Ramaldinsgabe noch verwendet. Jetzt weiß ich es wieder. Hm? Ist ja mega cool. Ich hoffe, wir finden noch eine. Aber jetzt müssen wir zuerst einmal ein bisschen höher kommen. Ein bisschen aufstufen. Ja, ich werde wahrscheinlich bald, ähm... W-w ändern. Wie will Wind. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, ich werde es mir noch ein bisschen... Wahrscheinlich den Hotar, hä? Hammer of the Ancients. Ja, die Gegner haben schon recht viel Leben, aber... Ich bin stärker. Hahaha. Ihr stinkt alle. Ich habe zu viel Zwiebeln gefressen. Ja, ja, drei haben wir noch. Gut. Die blöden Urraken könnten nämlich sterben. Wenn sie so in den Gegner drin sind. Ja, jetzt momentan ist es halt auch ein bisschen langweiliger, wenn man halt immer nur wirbeln muss, aber... Es geht so schnell vorwärts. Das ist Wahnsinn. So stark war ich eigentlich fast noch nie. Ich habe immer wieder neue Schwierigkeitsgrade gemacht. Habe nie was ausprobiert. Hier mache ich einfach alles Lustiges, oder? Also, ich kann endlich mal ausprobieren. Ich muss nicht unbedingt der Erste sein im Clan. Ich bin wahrscheinlich der Letzte. Ja, ja. Ich bin der Letzte. Derjenige, der spielt... Also bei diesen, die spielen, bin ich der Letzte. Aber ich tue ja auch aufnehmen. Die anderen tun Suchten. Pro Tag und für 20 Stunden Suchten. Also, das ist ein gigantischer Unterschied. Sie lassen mich natürlich im Clan, weil ich Let's Player bin. Und, ja. Weil ich sie natürlich auch gut kenne. So. Noch ein bisschen. Da ist irgendwo jemand. Nein. Uuuh. Sprengen sich alle in die Luft. Ich muss noch ein wenig länger machen. Ja, prima. Danke. Wir haben das letzte Mal ja den schlechter gemacht. Und jetzt haben wir nochmal den schlechter. Und der spielt einfach. Dank dem Machtschrein. Leichtigkeit. Yeah. Endlich Leichtigkeit. Soll ich ihn schon machen? Nee, wir machen ihn auch nicht. So, wir haben den noch, ja. Machen wir ihn mal ein bisschen höher. Brillant. Habt ihr Leichtigkeit? Der brauche ich unbedingt. Der muss ich dann für einen zweiten Charakter eventuell opfern. Also, opfern muss ich ihn ja nicht. So, Bewegungsgeschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. So, jetzt nochmal ein bisschen. Traden, gambeln. Der da, hä? Der ist aber auch nicht so gut. Ach komm, den da, hä? Wo ist er? Da. Ach, schade. Das ist eine Frechheit. Die gibt nie richtig. Ich mag die Flügel irgendwie. Die sehen so hässlich aus. Aber ich mag sie irgendwie. 579 Schaden. 579.000 Schaden. Nein, ich werde noch nicht höher her. Ich werde auf 28. Ich werde noch ein bisschen vorsichtiger sein. Weil die Gegner natürlich auch wieder ein bisschen stärker sind. Aber ich muss einfach mehr Defensive noch haben. Ich habe das letzte Mal schon Defensive bekommen. Und jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Defensive haben. Scheat. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Hilfe. Dieses Gift ständig. Das sind glatte Scheissgegner. Definitivli. Ich könnte eigentlich jetzt schon wieder anfangen zu Livestreamen. Und jetzt ist 22.27 Uhr. Der Bär ist für fünf Stunden gelivestreamt. Und jetzt bin ich halt schon noch ein bisschen müde. Aber viel besser. Ich brauche Hilfe. Als vorher. Nach dem Livestream. Also war ich wirklich krass. Wenn ich so, ja, diese Morbus-Adison-Sachen habe mit den Hormonen, dann ist es natürlich sehr schwer für mich aufzunehmen oder Livestream. Ah, da ist ja jemand. Er grüezi, Herr Schrein. Noch einer. Easy. Aber bitte nicht blöd machen, gell. Ist nicht so gut, wenn ihr so blöd macht hier. Ständig diese Gegner. Immer habe ich Gegners. Und im Spiel hat man zu viele Gegners. Loli ist schon tot. Ah, wegen den Noranen, weil sie auf den anderen Gegner drauf gewesen sind. Und der Schrein natürlich Schaden machen, wenn man auf Gegner drauf ist. Und durchlässig ist. Also, dass man durch Gegner durchgehen kann. Ja, ich mag den Schrein natürlich. Da leckt auch, ja nein, 58 FPS ist nicht lecker. Ich habe ja auch limitiert auf 60. Also, wahrscheinlich habe ich sogar noch höhere FPS. Aber es wird natürlich immer ein bisschen auch abgezogen. Also, das heisst nicht, dass ich 57 FPS habe. Dass ich nur 57 FPS hätte. Wenn ich es höher einstelle, wird es wahrscheinlich auch herunterstehen. Ich komme nicht so draus mit den Sachen, aber... Ja, das Game, es liegt am Game und nicht an meinem PC. Ich habe ja ein guter PC. So, ich rede wieder ein bisschen so schnell. Ich bin ein Schweizerer, ich muss doch ein bisschen langsam reden. Oder? Ein bisschen Schweizerdeutsch reden. Lasst den Anführer kommen. Der Portalboss. Ich will jetzt nur die kleinen Gegner töten. Nicht der, bitte. Ich habe schon genug von denen gefunden. Was versucht der eigentlich? Der trifft mich irgendwie nicht. Ah, der greift wahrscheinlich die anderen. Tschüss. Yes. Oh, drei. Vier. Ah nein, das ist der Ding. Ich bin hier, um zu helfen. Der ist Schlagheilung. Kontrollverluste. Pff. Brauche ich doch nicht. Scheisse. Wie viele geile Sachen ich habe. Ich glaube, das ist Messerschmitts Gürtel. Das ist Krümelchen Heuskette. Und das. Ah, wie heissen die? Skeletters. Irgendwie soll das heißen. Ich muss zurückkehren. Hm. Krümelchen ist schon mal richtig. Das kannst du nehmen. Ah, du hast viel weniger Schaden damit. Messerschäpe. Äh. Messerschmitts Räubis. Was anderes. Messerschäpe. Meinte ich. Die schiesst. Cooles an. Ah, ist cool das. Genau. Ja, genau. Also der, die möchte ich behalten. Die möchte ich behalten. Und der natürlich auch. Da wahre ich wieder viel auf. Das ist ja die gute. Ja, genau. Ich brauche ja den Ring. Stimmt. So. Den muss ich kaputt machen. Und. Ach komm. Wieso kommen keine? Ich brauche einen besseren Gürt... Äh. Entschuldigung. Also jetzt haben wir 14 Minuten. Jetzt können wir noch einmal ein bisschen Kopfgeld machen. Wir machen einfach mal der Beginn vom Kopfgeld, aber auf Stufe 7, hä? Ja, 7 ist schon gut. Ja. Das ist... Ist das 7? 5 und 2. Ja. Ja. Ah, es ist 7. Wieso alles römische Zahlen sein muss? Ich nerv mich ab dem immer. Ich mag das nicht. Ja, wieso ist jetzt Bastion 3? Also. Ja. Das ist jetzt der Akt 3. Darunter muss man. Nicht hier. Ah, der muss man töten. Gulasch war land. Boah, ist der stark. Ja, die Gäden sind ein bisschen zu stark. Ich muss eventuell ein bisschen runter stehen. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist, hä? Ja. Das ist ein Krimschlag. Was ist denn das? Ja, die Gegner sind wahrscheinlich ein bisschen zu stark. Ich muss mich erholen. Die Gegner sind ein bisschen zu stark. Das geht noch nicht. Euer Fleisch. Zu wenig zäh. Schade, muss ich eins runter stehen. Kann ich... Da muss ich 2. Nein, dann ist das ja wieder normal. 5. Hm. Okay. Ich muss mich erholen. Ständig dieses Reduzieren wieder. Man sieht es nicht, ob es einfach ist oder so. Man muss ständig immer wieder reduzieren und so anpassen. Ist nicht so gut. Eben, Diablo 3 ist halt ein normales Spiel, nicht ein gutes Spiel. Aber eben FLM Steine haben wir nicht. Great Rift Stones. Deshalb müssen wir da irgendwie halt noch etwas anderes machen, bevor wir die Steine suchen gehen. Das ist ja ein bisschen langweilig. Also normale Rifts sind mir immer am langweiligsten. Was sind denn das für Geister? Die sind einfach nicht da gewesen und habe keinen Schaden gemacht per Level Up. Pechert. Ich mache einen längeren Part, hm? Mach eventuell ein bisschen länger. Ob ich möchte das noch durchmachen? Bruder des Apothekers. Nein, bitte nicht diese Quest. Ach, Männer. Ich habe immer Pech. Wo ist dein Goblin hier? Ist nämlich immer die Goblin-Singue. Ich brauche endlich diese... äh... äh... im Ring des Grandeurs. Aber irgendwie ist kein Goblin wieder hier. Wieso sind keine Goblins mehr hier? Habe ich so viel Pech? Habe ich so viel Pech? Ach, ständig diese... Champions. Also jetzt mache ich vorwärts keine Goblins hier haben. Scheiße, ey. Ich verschwende meine Zeit hier. Einen zweiten Part möchte ich heute nicht aufnehmen. Sonst muss ich halt wieder beginnen im nächsten Part. Wie gefällt es eigentlich so, wenn ich heute auch ein paar Sachen nebenbei noch mache? Wie zum Beispiel den Ring suchen. Ist ja auch nötig, oder? Wenn ihr selber spielen würdet, würdet ihr das ja auch suchen. Also müssen wir das einfach durchmachen. Tut mir leid, wenn es ja noch ein bisschen langweilig ist. Tja. Was ist denn nach oben? Ah, jetzt müssen sie noch mehr etwas spielen. Nervt das, ey. Jetzt müssen die draußen noch irgendwie etwas spielen auf der Trompete oder so. Das Allporn haben sie auch noch gespielt. Ständig dieses Fest jedes Jahr. Habt ihr mich so aufreden? Ja, das ist das 26. 26. 26. und 27. Novemberfest ständig diesen Scheiß 27. 31. 32. 33. 33. 33. 34. 35. 35. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 38. 39. 40. 41. 41. 41. 42. 40. 42. 39. 500. 43. 39. 43. 43. 42. Und sie noch Klöpfer ablassen. Vollwerkskörper. Solche Spacken. Ständig diese Spacken draussen. Hey, ich tu jetzt blöden, also haltet die Fresse draussen. Hier, Pfeife. Ständig diese Pfeifen. Goo- dun- 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 dun. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Dann, Pfeife. Dankeschön! So, sehr gut. Jetzt können wir weiter. Hier unten müssen wir noch einen töten. Los macht schon! Wirbelt hindurch. Noch ein paar Gegner töten? Okay. Rachsichtiges Massaker. Ah, jetzt klöpfen sie wieder. So, jetzt haben wir hier fertig. Nächstes Aranea muss ich töten, okay. Das könnte vielleicht noch relativ gut reinpassen. Lol, was ist denn das? Logrut der Kriege. Ist der schnell gewesen? Sorry wegen den Klöpfer. Ja, aber es ist eben fest. Und ich wollte nicht warten. Noch nicht bereit. Nein, ich werde unterbrochen. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin wieder gesund. Die Vorfahren sind mir heute. Ständig diese Flöhe überall. Ich merke den Etil langsam. Immer wie mehr. Ja, ich muss mal endlich das Händchen bekommen. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Part in dem Livestream die Goblins jagen gehen. Also schaut morgen um 14 Uhr oder so mal rein. Ich würde sicher dann mal Livestream beginnen. Ab 14 Uhr. Und ihr könnt es eben immer wieder nachschauen, gell. Also auf twitch.tv slash drago basler könnt ihr den Livestream anschauen. Und ich werde sicher auch auf YouTube Gaming wieder ein bisschen Livestream mal. Aber das werde ich erst mal wieder eine Pause machen. Bei YouTube Gaming das packt manchmal. Also ich hatte heute wieder Probleme dass es einfach der Livestream nicht anging weil irgendwie der Kay kaputt war. Und ja, das ist halt schlecht wenn der Kay kaputt ist. Da muss ich immer wieder einen neuen Kay rufen und der war ständig kaputt. Immer. So, haben wir fertig. Noch einen? Wo ist der andere? Hm. Irgendwo da oben. Da oben muss er sein. Irgendwo da oben muss er sein. Ständig diese Hemmschwellen. Gute Nacht ihr Lieben. Ich gehe jetzt weg. Wo ist jetzt der scheiss Schrein? Da unten? Da war ich aber schon. Nein, da war ich ja nicht. Okay. Ja, aber direkt da oben dran der wurde einfach nicht angezeigt oder wie. Schön, haben wir das auch geschafft. Ohne des Munkelans brauche ich nicht reinzugehen. Also, Aranea noch machen und dann mache ich den Part fertig und laden direkt nachher noch ein bisschen hoch dass ihr den Part auch schon habt am Morgen. Früh am Sonntagmorgen freut's mich einfach am besten wenn ein Video kommt von Drago Barmessler ist mir doch scheisse gar nicht. Ich tue die Eier einfach mal an visieren. Einfach durchgehen, oder? Ja, ich gehe einfach durch. Ja, wir sind im richtigen Weg. Boah, mache ich Damage. Heftigst. Das Licht soll euch holen. Lasst jetzt dieses Hey, man muss müssen die ständig müssen die die ich sag mal den Knallfürz ablassen. Ich höre das wahrscheinlich gar nicht aber mich irritiert das so extremst. Tschüss, gelber Gegner. Elite Gegner. Du gehst weg. Du kannst mir nicht folgen. Ha! Äh, sie haut schon ab. Ja. Ständig diese Abhauerei. Hei! Ich bin der Limmel von nebeneinander. Ich brauche ein bisschen Wut. Wut. Wut brauche ich. Ich brauche Wut. Ah, tut es gut. Es tut immer so gut, wenn es so viel Schaden macht an der Aranae. Dann ist man immer glücklicher und zufriedener. Meine lieben Damen, wir spenden jetzt ein bisschen Gebet. Für ein kleines Gebet. Wir töten jetzt die Königin und opfern sie eben das Köbel von den Bauern. Nachbarn. So. So. Also, dann gucken wir noch was drin ist und dann wenden wir den Part. Ich habe früher den gemacht. Zerstört, damit ich das Zeug noch hatte. Ich habe ein Amulett bekommen. Helm der Herrschaft. Was ist das? Leorix Goldenes Gorgut ist das? Stimmt. Ist das scheiße? Skelettkrieger sind die auch gut genug stark? Ich glaube eher nicht. Tja. Also, ich muss mal kurz den Helm schauen. Wo ist der Helm? Kopfschutzer? Lol, das ist der? Ich dachte, der hat irgendwie Engelshelm oder so. Hm. Wieso habe ich den mit 23 nicht? Das ist 70. Seht ihr? Da sind 23 zum Beispiel Knochen mal. Hm, komisch. Also, dann haben wir noch ein paar. Wir haben schon 17. Und finden ihn immer noch nicht. Also, nächstes Mal geht es noch mal weiter mit Kopfgeld. Tschüss. Nein, dann werden wir die Dinger machen. Die normalen vor dem Rifts. Tschüss.